Hallo, mein Name ist Tonja Martínez und ich arbeite bei der IVF Live in Alicante und würde Sie sehr gerne auf unsere virtuelle Messe am 25. und 26. Februar einladen. Ich freue mich schon auf Sie! Am 25. Februar, das heißt an dem Samstag um 5 Uhr nachmittags, wird Dr. Bodry ein Webinar halten über Einzelspende in Spanien. Am 26. um 12 Uhr über Epigenetik und Auswahl der Spenderin in Spanien und würden Sie sehr herzlich auch dafür einladen.